hey leute da kommen noch andere agents andere drei agents lass mich unbedingt platzieren digga kommt sofort her die sollen sich verpissen oder ich knall dir ab ich will mein loot so teitschen jetzt digga mein loot wenn da jemand jetzt an mein loot kommt ich kann mal gucken wo die hinlaufen ich falle ein zweites arschloch digga nehm dir nehm dir hinter uns pass auf mach keinen scheiß mach keinen scheiß mach keinen scheiß digga er schneidet es durch mir doch ich aim ihn schon an ich aim auch auf den kopf digga ich aim auf seinen kopf er aktiviert das traust du dich nicht die letzten acht sekunden doch er schneidet es hat der unseren loot abgemacht oder ist weg geflogen der teammate ist noch da drüben kill ihn wer ist hier ja das war's mit ihm die haben wir so digga die haben wir so ja ja ich hab auch noch mal ja komm den heli holen wir noch ausgedrückt lass zu einem anderen spot gehen oder der macht hier wieder mach v direkt er ist einfach safer lol hab ich mich erschrocken alter hab ich mich erschrocken er hat mich einfach umarmt ich glaub das machen die nicht wenn er noch so ein turm dazu noch rumsteht wir wollen wie schnell abnehmen ja ich mach das ich mach das ich mach das wo sind die ich hab einen jetzt 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 einer down dem dem der der des der 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 ihren der 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 Was denn da gerade explodiert? Vom NPCs Ist von hinten abgeballert, ja? Andere Divisions Pass auf, pass auf Er macht das Ding nur dran Ich glaube, der eine wollte ich gerade abschneiden Aber das sind wieder die Vierer Gang Er hat sein letztes noch platziert Ja, aber der eine wollte ich glaube ich Abziehen, abziehen, abziehen Aber hier kann es Wenn die dran machen Wenn einer dran macht, dann muss Abtrünnig Ey, Dennis, Dennis, Dennis willst du ein Jude sein Dennis willst du ein Jude sein Du stellst dich da hin, direkt hinter dir Die laufen dann an dir vorbei Ey, ich will schon Jetzt kommen die Wenn die dran platzieren, müssen wir Schau was liegen in 30 Sekunden ab Bleib das mal ab, Dennis Ja, weg mich mal bitte Einer müsste down sein Einer müsste down sein Gegner goldenes Loot Er legt noch ein Loot Ohohohoho Ich hab ihn down Alle tot Das sind neuer PC's glaube ich Hä, aber warum hatten die kein Loot, die Mixer Ich hab das schon gesammelt Ich hab das schon eingesammelt Ich hab auch Ich hab auch alles goldene Wir müssen weg hier Wie liegt das doch alles? Was? Ich hol den mal diesen Äh Digga, hier hat irgendjemand direkt vor unserer Nase eine Bergung angefordert Ich? Hallo? Du, was das ist? Digga, du schaust neben mich etwas Ding in die Luft geschissen Ja, aber gut, wenn du nichts gesagt hast, deshalb dachte ich nicht Doch, hab ich doch Ich hab gesagt Aber er hat gesagt Du schiebst immer solche Piles Das ist genau hier An der Kante, da kann keiner abschneiden kommen Ja, abschneiden Ja, abschneiden Mensch Mensch Johanna Wo hast du die Bergung gestartet? Ja, zum zweiten Mal direkt hier an der Kante Der hat mal wieder vertrittbar gesagt Keine Nate, alle tot Bei mir ist hier noch was gedroppt Keine Nate, dass du das kannst Ich kann nur abgeben, nur abgeben Du bist die Sekunde hier an Nochmal abgeben, aber da musst du schnell rein Ich kann dich schnell schnell Oh neee Was ist denn da? Oh mein Gott Er schneidet die Laufkehre Laufkehre Ich bin so ein fängig, Digga Ja Ja Was? Was? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das?